Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Workshop, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr mit CSS3 Elemente animieren könnt. Ich habe euch in den letzten Videos ja schon einige Möglichkeiten gezeigt, allerdings haben die sich auf einfache Transitions beschränkt. Transitions sind einfache Übergangseffekte, das heißt, wenn ich zum Beispiel von dem einen Status soll heißen, der Hintergrund ist zum Beispiel bei einem RGBA-Wert von 255, 255, 255, in dem Fall weiß, wird hoch, also der RGBA-Wert wird hochgezogen, dann konnte man diese Übergänge mit einer Transition machen und wer mich jetzt nicht verstanden hat, dem zeige ich nochmal genau das Beispiel, das ich gerade meine. Und zwar ist das hier unsere Navigation, wir gehen hier drüber und ihr seht, dass der Hintergrund hier bei dem entsprechenden Hover ganz leicht eingefadet kommt. Es wird nicht schlagartig ein weißer Hintergrund bzw. ein weiß-transparenter Hintergrund, sondern er kommt langsam eingeblendet. Das ist im Prinzip der Übergang zwischen einem Status bzw. einer Variante zu einer anderen Variante. Was ich jetzt aber meine, sind richtige Animationen mit CSS3. Sachen, die man vorher vielleicht mit JavaScript gemacht hat und die jetzt tatsächlich über CSS3 gehen. Ich zeige euch einmal ein kleines hässliches Beispiel, das ich hier gebastelt habe. Ja, ich weiß, ich sage das hässlich extra vorweg, bevor nachher noch einer am Schimpfen ist. Hier passiert nicht mehr, als dass der Text jetzt einmal nach rechts gerutscht wird und hier von der Farbe her animiert wird. Und zwar bei dem Hover, das heißt, wenn ich jetzt hier drüber weggehe, verschwindet das Ganze wieder. Ich habe dieses kleine Beispiel natürlich auch nur gemacht, weil ich mich so die ganze Zeit darauf gefreut habe, jetzt hier eine richtige und etwas größere Animation mit euch zusammen zu machen. Das heißt, wir öffnen jetzt einmal diese Datei hier im Dreamweaver und gucken uns hier das ganze Konstrukt einmal an. Wir haben hier oben Add WebKit, Keyframes, Anni ist der Name der Animation und hier im unteren Bereich auch mehrere Animationseigenschaften. Widmen wir uns als erstes hier oben diesem Bereich. Die Add Keyframes-Regel gibt im Prinzip eine Sammlung von verschiedenen Zuständen an. Wir haben hier Zuständen benannt nach Prozentwerten. Das heißt, wir fangen hier bei 0% an. Das heißt, das ist unser erster Keyframe in der Animation. Dazu mache ich das Ganze nochmal auf. Das ist im Prinzip der Beginnzustand der Animation und der Endzustand, wo das Ganze dann hinläuft, sind hier die 100%. Zwischen 0 und 100, ihr könnt es euch sicher denken, könnt ihr natürlich weitere Keyframes einfügen. Das heißt, ich baue jetzt zum Beispiel hier bei 50%. Da ändern wir nochmal die Hintergrundfarbe und sagen, die Hintergrundfarbe wird hier schön grün. Dann wird jetzt hier gleich ab 50% der Animation der Hintergrund entsprechend grün gefärbt. So könnt ihr natürlich weitere Keyframes anlegen und die Animation durchläuft die dann einfach. Hier in unserem pH-Ware-Bereich haben wir einmal den Namen der Animation, die hier aufgerufen werden soll, Anni und hier oben auch Anni. Dann die Dauer der Animation, den Animations-Timing-Effekt und die letztendlich eine Füllmethode von der Animation. Das heißt, wenn die Animation am Ende stehen bleibt, das ist dieser Bereich hier, dann können wir hier sagen, mit welchem Keyframe-Style sie im Prinzip aufhört. Am besten könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich diese Eigenschaft hier noch einmal entferne und jetzt über die Animation gehe und zwar springt sie jetzt am Ende in den Originalzustand zurück. Durch den Film-Mode können wir hier sagen, dass die Animation entsprechend mit den Forwards die Stile beibehalten soll, die hier entsprechend bei 100% zuletzt vergeben werden und bei Backwards würden hier die Stile verwendet werden, die wir hier bei 0% haben. Ich würde sagen, mit den Mitteln können wir uns jetzt einer schönen und neuen Animation widmen. Vorher sollte ich allerdings noch eine Kleinigkeit sagen, etwas, was etwas betrübender ist und zwar gehört dieser Animationsbereich noch zu den Elementen in CSS3, die in wenigen Browsern funktionieren, und zwar nur in ganz wenigen und dann auch wirklich nur mit den entsprechenden Browser-Prefixes. Wenn ich hier die Prefixes entfernen würde, dann würde auch im Chrome, obwohl der, was HTML5 und CSS3 angeht, eine Menge kann, würde er hier an der Stelle versagen. Und ihr seht, schon ist vorbei mit lustig und hier tut sich gar nichts mehr. Das heißt, solltet ihr diese Animationen zum Beispiel in einem Firefox nachempfinden, so nehmt ihr anstatt "-webkit-", hier entsprechend "-mods", würde dann also so aussehen. Und falls ihr das Ganze in einem Opera macht, dann entsprechend mit "-o-, da es sich hier bei dem Chrome um einen Webkit-Browser handelt, ähnlich wie zum Beispiel auch der Safari, nehme ich hier auch entsprechend das Webkit-Vendor-Prefix. Wir legen uns hier also eine neue Animation an. Fangen an mit add-webkit-keyframes, dann der Name der Animation, nennen wir jetzt einfach mal Box-Animation. Dann kommen zwei spitze Klammern und hier können wir jetzt anfangen, unsere Animation zu schreiben. Wir legen uns hier als erstes den 0%-Wert an und zum Schluss den 100%-Wert. Dann brauchen wir natürlich noch unsere Box. Der geben wir jetzt einfach hier auch die ID-Box und die wird jetzt sagen wir mal 120 Pixel mal 120 Pixel groß. Bekommt auch eine Hintergrundfarbe und zwar nehmen wir da einfach mal ein helles Grau, hier 3x9 und den P-Tag, den entfernen wir hier wieder, dass wir Platz für unsere neue Animation haben. Da haben wir unsere Box, noch passiert hier nichts und wir überlegen uns jetzt, was wir mit der Box machen. Wir könnten sich zum Beispiel hier einfach einmal alle vier Punkte des Browserfensters abfahren lassen. Das heißt, wir haben dann im Prinzip den ersten Punkt, da könnten wir jetzt sagen Margin von oben ist 0, von rechts ist ebenfalls 0, dann haben wir einen weiteren Nullwert und hier von links, da geht es dann los, da schieben wir das Ganze dann zum Beispiel einfach mal auf 600 Pixel los. Wir könnten hier auch testweise einfach mal 800 nehmen und möchten ihn jetzt bei 100, wir fahren jetzt erstmal zwei Schritte ab, das heißt, das erste wäre jetzt hier in die Richtung, jetzt soll er noch nach unten. Wir haben hier erstmal zwei Keyframes und nehmen dann jetzt hier entsprechend noch den Wert von oben, 800 Pixel und müssen das Ganze jetzt im Prinzip nur noch einmal abfahren und das machen wir einfach beim Aufrufen der Seite. Eine Animation beim Aufrufen der Seite starten ist relativ einfach und zwar kommt einfach das, was wir hier in den Hava-Bereich geschrieben haben, hier in den ganz normalen Bereich, beziehungsweise die ganz normale Zusammenfassung der CSS-Eigenschaften. Das heißt, wir schreiben wieder Webkit, Animation, Name, dann Box, Animation, dann wieder Webkit, Animation und Duration und wir sagen mal, diese Animation soll jetzt zehn Sekunden lang laufen. Statt Sekunden können wir hier auch Millisekunden eintragen, dann macht ihr einfach statt dem S ein MS. Dann geben wir dem Ganzen noch die Timing-Function und das ist hier EaseOut. Wir lassen das Ganze gleich zurückspringen und sparen uns den Wert hier und wollen jetzt einfach einmal gucken, was denn nun passiert. und ihr seht, unsere Box ist gerade schon ordentlich gefahren. Jetzt müssen wir das Ganze allerdings noch einmal komplett anpassen für unsere verschiedenen Frames, die wir hier haben. Das heißt, Start ist natürlich hier bei Null dann haben wir hier 25 Prozent, das ist dann die erste Ecke, da haben wir dann die 800, dann kommen die 50 Prozent, da haben wir dann im Prinzip unsere nächste Ecke, jetzt muss das Ganze nach unten fahren, da haben wir hier auch wieder 800 Pixel und gerade gesehen, das ist etwas viel, brechen das also runter auf 600, dann sind wir quasi unten rechts in der Ecke, kopieren das Ganze, gehen jetzt auf 75 und müssen jetzt natürlich wieder nach rechts fahren, beziehungsweise von rechts nach links fahren, setzen hier das Margin also wieder auf Null und dann muss es natürlich wieder ganz nach oben in die Ecke, kommen also hier bei 100 an und setzen das Ganze im Prinzip wieder auf Null. und ihr seht, unsere Box dreht einmal eine Runde über die komplette Webseite. Jetzt können wir natürlich noch sagen, wir hätten das Ganze gerne als Endlos-Animation, das geht natürlich auch und zwar funktioniert das hier über Animation-Iteration-Count und zwar könnt ihr hier entweder eine Zahl angeben, um zum Beispiel zu sagen, das Ganze soll 10 Mal passieren oder ihr sagt einfach Infinite und dann läuft das Ganze endlos weiter. Um das Ganze jetzt letztendlich noch ein bisschen zu verfeinern, sind die 600 hier immer noch etwas tief, wir korrigieren das mal auf 500, damit wir hier die Box nicht abschneiden und ihr seht, die Box macht einmal die Runde beziehungsweise immer wieder hier quer durch unseren Browser durch. Und um euch jetzt zu zeigen, wie cool diese CSS3-Animationen wirklich sind, holen wir da jetzt noch ein bisschen mehr raus als nur eine fliegende Box. Und zwar soll das Ganze zum einen ein bisschen mehr Bewegung bekommen, das heißt, wir lassen die Box jetzt noch rotieren, gehen dazu hier wieder in unseren ersten Keyframe mit 0% und sagen jetzt hier WebKit, hier ist auch wieder wichtig, der folgende Befehl braucht zwangsweise das WebKit, ansonsten funktioniert er hier nicht. Transform, Rotate, und zwar ist der Startwert hier entsprechend 0%, was dann dem Englischen 0 Degrees entspricht, also 0 Deg, dann kopieren wir uns diesen Wert hier, setzen den oben ein und eine komplette Drehung sind 360 Grad, also hier oben 360 eintragen. Laden die Seite neu und schon fängt unsere Box an zu drehen. Wir können das Ganze natürlich auch ein bisschen schneller machen, und zwar indem wir das Ganze hier schon einen Keyframe früher einsetzen, nämlich entsprechend hier bei den 25 machen. Zu 50 lassen wir ihn dann wieder zurückdrehen, zu 75 könnten wir ihn dann wieder aufdrehen lassen und zu 100 entsprechend wieder zurück. Und dann kommt hier auch gleich ein bisschen mehr Spinning rein. Ja, jetzt haben wir eine fliegende Box, die sich dreht. Im Prinzip sinnlos ist es sowieso, dann können wir es auch gleich weiter übertreiben. Und zwar machen wir das Ganze jetzt so, dass sich unsere Box hier zu 50% hin in einen Kreis verwandelt. und zwar machen wir das über Border Radius. Border Radius funktioniert auch ohne WebKit Prefix. Border Radius und dazu müssen wir hier jeder Ecke 180 Pixel geben und dann hier zum Schluss natürlich wieder zurück verwandeln und setzen das Ganze auf 0. Und ihr seht, dann wird das Ganze zur Kugel. und verwandelt sich wieder zurück. Dann könnte man das Ganze, um jetzt schon wieder einen draufzusetzen, natürlich auch noch farblich animieren. Und zwar könnten wir sagen, wir starten mit einer Hintergrundfarbe von dem entsprechend dem Hellgrau hier mit den drei Neun und lassen das jetzt zum Beispiel zu 50% zu unserem mittleren Keyframe. Da lassen wir es dann zum Beispiel rot werden. Dann soll es hier zu den 75 vielleicht grün werden. Ich nehme hier am besten auch so ein schönes giftiges grün. Hier passt der Dreamweaver manchmal die Farbcodes nicht richtig an. Da kann man natürlich die Kurzschreibweisen verwenden. Und ganz zum Schluss setzen wir das Ganze wieder zurück und zwar wieder auf die 999. Ich denke damit habt ihr einen extrem coolen Einblick in die Möglichkeiten von CSS3 Animationen bekommen und zumindest mir geht es immer nach solchen Spielereien so. Ich freue mich unglaublich darauf, wenn das endlich von allen Browsern unterstützt wird, denn gerade hier sehe ich extrem viel Potenzial und extrem viel Spaß für neue Webseiten. Leider aber auch viele neue blinkende Flash-Banner bzw. Flash wird abgelöst durch neue viele blinkende CSS3-Banner. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Diesen Code hier mit unserem verrückten Viereck bekommt ihr natürlich zu dem Workshop mit ausgeliefert, dass ihr euch den Code direkt einmal angucken könnt. Ich werde den von dem blinkenden Text noch einmal clean und dann könnt ihr hier entsprechend euren Spaß mit haben. In dem Sinne wiederhole ich mich noch einmal. Viel Spaß beim Ausprobieren.